Eine Woche später. Lebe ich jetzt noch? Jetzt kommt der Boss oder so. Hey, meine Rabauken! Wir befinden uns in einem neuen Story, in einem neuen Abenteuer und der Lehrer heißt uns sehr herzlich willkommen in der Robloxian High School. Ihr Name ist Karen. Mrs. Karen. Falls ihr nicht wusstet, Karen ist so ein Meme-Name für Klischee-Eltern oder so. Klischee-mäßig. Das ist euer Klassenzimmer. Hier werden wir... Was ist das? Hä, das sieht... Hä, was war das alles? Kacke im Glas? Aber wie viel Glück, Alter, das ist ja alles gut. Okay, let's go. Erkunde die Schule. Ich kletter auf den Baum, Ben. Hä, das ist ein Mad-Kid. Wo? Kann man das aufsammeln? Wo? Auf den Baum? Ich hab drei Mad-Kids aufgesammelt. Was? Hast du die nicht gesehen? Nein. Deswegen erkunde die Schule, Alter. Wir sollen hier Sachen finden. Hä? Kletter mal nicht auf den Baum, Eroh. Erkunde mal. Was ist ein Tütchen für eine, Alter? Ich lebe aber gern auf dem Baum. Hä, hä, hä. Oh, also, er hat die Hausaufgaben gefunden. Der hat auf jeden Fall Hunger. Der will... Tja, ha, ha. Lass mich rein. Ui. Überhaupt nicht Psycho, Alter. Was hat denn? Alter, ich kann hier hochspringen. Wir müssen uns... Ebro, jetzt kann doch mehr. Was ist denn da mit? Okay. Was? Ja, will ich. Ah, der braucht die... Der muss die Hausaufgaben hier. Ah, okay. Der braucht die Hausaufgaben. Wo hat er die gefunden? Okay. Der braucht Bürger, der Hausmeister. Und der andere, der, 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 der... So, die anderen mobbt oder was weiß ich. Der braucht die Hausaufgaben. Der eine hat die aber schon gefunden. Können wir die jetzt... Oh. Ebro, du Streber. Was denn? Weil du hast mir gerade gesagt, es geht los aus deinem ersten Unterricht. Ehrlich? Oh, huch. Ich war gerade mit dem Bulli am Reden. Ich hätte mal eine Slingshot bekommen, Ebro. Oh, nein. Oh, guck mal hier. Wenn wir die Hausaufgaben... Ich habe einen Donut. Okay, ich habe zumindest zwei Sachen gefunden. Aber... Wir müssen in die Klasse. Schnell, 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 schnell. Nee, Hausaufgaben schafft man nicht. 16 Sekunden. Ich habe noch Mad Kids und glaube ich nochmal geguckt. Alter, wir haben sogar Sitzplätze. Alter, ich habe so viel... Hä, wo ist Bansenheimer? Der ist Bansenheimer. Hö? Der ist gerade mit dem Stuhl von der Lehrerin rumgefahren. Hast du das gesehen? Ja. Okay. Ich habe vier Mad Kids und einen Donut. Was hast du? Nee, ich habe gar nichts. Ich habe wirklich nichts. Ich habe einen Ast mitgenommen. Mann, du hättest... Ey, das ist eine Waffe. Bitte benehmt euch, während ich weg bin. Und der Typ fährt mit dem verdammten Stuhl hier rum, Alter. Was ist los? Ui, ui. Ey, Paya, hör auf mich. Oh. Hey, kann man durchsuchen. Hä, dann warum ist bei mir nie was? Nee, bei mir ist da auch nichts drin. Oder, warte. Nee. Ja, bei mir ist da auch nichts drin. Mann. Lutz, aber safe, kann man raus? Nee. Warum sind da nicht die Tests von letzter Woche drin? Hier ist noch mehr Ketten. Oh. Oh, oh. Lehrer, komm, Lehrer, komm, Lehrer, komm. Saved. Oh, okay. Der Typ will sein. Der sich dreht. Hä? Oh nein, der eine steht da hinten. Hä, die checken es nicht, Alter. Die sind gleich tot. Oh nein. Zwei, eins. Oh, die haben noch ein bisschen Schaden bekommen, siehst du? Oh. Ja, der eine chillt trotzdem noch hinten. Und schau. Okay, meint das? Er muss das Mad-Kit nehmen. Hä? Oha. Hä? War das die ganze Zeit schon offen? Wo denn? Ja, guck doch mal hinten, der Dachboden. Ach, hinten. Ich will da hin. Ich will da hin. Okay, wir müssen jetzt entscheiden. Ben, verraten oder Secret? Secret, safe. Hey, 6 zu 0 Secret, Alter. Hier wird niemand verraten, Alter. Das ist ein Geheimnis. Oh, der steht auf. Oh, Ben. Der hat nichts gesehen. Ich habe aber wirklich nichts gesehen. Ich habe halt auch echt nichts gesehen. Oh, das war nicht mal gelogen, Alter. Ich habe echt nichts gesehen. Alter, der hat eine Sling-Show. Eine Sling-Slinge. Ja, weil der die Hausaufgaben gefunden hat. Nee, man kann jetzt raus. Warte, lass mal hier hochgehen. Ich will da wirklich rein. Ah, geht nicht. Schade, okay. Ach, verdammt. Geschichte, okay. Stell dir jetzt Fragen, wenn man falsch antwortet, kriegt man Schaden. 30 Minuten später. Gut, wir haben es geskippt. Es regnet. Unterrichtseinheit ist vorbei. Oh, Regen. Oh, Alter. Ich liebe Regen, ne? Hey, da steht ein Zombie. Ich sage, Geschichte ist so langweilig. Das könnte echt sein. Hä? Oh, es regnet. Wir können nicht mal Sport machen. Da ist ein Zombie, Ebo. Checkst du es nicht? Siehst du den nicht? Guck mal, du bist ja das auch sagt. Ja, eben. Es ist aber auch wirklich so. Du redest ja was von Geschichte. Wenn da raus der Zombie rumrennt. Ach, kein Problem. Der ist draußen. Wo ist meine Slingshot? Ich habe nur einen Fisch. Einen Fisch? Oh, ey. Den würde ich aber niemals essen, Alter. Ist ja ekelhaft. Ben, wir haben keinen Strom. Ist die Leere noch da? Easy. Guck mal, hier ist ein Sonderplatz. Ganz hinten, Ben. Hier sitzt du. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hoch. Guck mal, die gehen da alle hin. Oh, das kann sein. Ist Easy hier? Ja, natürlich. Ah ja, hier hinten ist so der stille Eckenplatz, Alter. Ich bin hier rein. Oh, nein. Ich verstecke mich hinter den Leuten. Ist das eine gute Idee? Oh, oh. Das ist ein Zombie. Und die haben unsere Lehrerin gekillt. Run away, Alter. Run away. Wir müssen den Weg rausfinden. Hier. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Kann man irgendwas? Oh, uns wird wirklich angezeigt. Ah, der hat den Schraub... Der hat... Nee. Was hat denn der Hand, Alter? Was hat er denn? Der hat irgendwelche Hebschen gesagt. Okay, gar... Ah. Du musst was auswählen. Existieren Zombies? Zombies existieren nicht, ihr Idioten? Das war safe ein Zombie. Das habe ich aber sowas von gesehen. Oh nein. Ben, du hast ausgewählt, ein Bully zu sein? Nein. Doch. Da stand du nur suchst aus. Ich habe Friend gedrückt. Oder? Ja, wir schon. Ah, wir müssen jetzt hier in den Kartons das finden. Da war nichts. Nicht Eisi, wir müssen es finden. Eisi findet alles. Ich hab's, ich hab's. Hey, ich kann es nicht aufsammeln. Geh weg, Ebo, Mann. Steh nicht im Weg. Hey, ich habe drauf gedrückt. Es geht nicht. Hat es schon wieder gefunden? Wahrscheinlich brauchen wir noch. Nee. Ebo, hör auf zu drücken. Ich höre, dass du drückst. Ich hab das gefunden. Okay. Hä? Ist schon offen. Ach so, Eisi hat schon wieder. Oh nein. Eisi hat schon wieder gefunden, Alter. Der steht geheim. Okay. Oh nein. Wir werden bald sterben. Nein. Ich habe einen Fisch. Und ich zögere nicht, diesen einzusetzen. Schlag. Oh, Principal ist unter uns. Gut, dass wir... War das geplant? Ich denke schon. Lass ihn hier rein. Ah, hier ist der Direktor. Moinsen, Alter. Kannst du uns helfen? Ich muss mal seine Schubladen durchgucken, aber kann man... Ja, was machen wir hier? Alter, checkst du überhaupt irgendwas in deinem Leben? Hier ist alles toller Zombies. Ja, er ist der Principal. Ey, guck mal, der sitzt schon wieder auf seinem Stuhl. Junge, wo hat der diesen Stuhl? Ach, das war gar nicht der Stuhl von dem Lehrer. Der hat den gekauft. Ah, immer diese Rich Kids, ey. Okay. Folgt mir. Ja, okay, Principal. Lauf los. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass er auch noch... Oh, hier, man kann irgendwas anklicken. Ich habe die Vermutung, dass er sich auch noch in einen Zombie verwandeln wird. Willst du hier nicht die Sachen öffnen? Ich habe die alle schon geöffnet. Ah, das sind wieder die gleichen. Ach, der bringt uns zurück in das Klassenzimmer. Bist du dumm? Weg hier, weg hier, weg hier. Safe, safe, Alter. Wir gehen zu Icy. Der ist nämlich Experte. Warte, ich will gucken, ob der... Der ist auch zu einem Zombie verwandelt worden. Nee, doch nicht. Er hat sich gesaved, Alter. Er wurde aber gebissen. Er wurde gebissen. Oh nein. Er wurde gebissen. Warum gehen wir zu dem? Wieso hast du den Stuhl her? Ja, der stand da so rum. Sollen wir hier rein? Ach, guck mal, der hat auch einen. Warum habt ihr alle einen Stuhl? Yo, wir können damit hier hochfahren. Alter. Was ist mit Principal? Der verwandelt sich doch jetzt safe, safe. Der ist doch hier gebissen. Das ist richtig, da ganz genau. Oh nein. You kill that zombie. Ich glaube nicht, dass er den gekillt hat. Oh, ich auch nicht. Alter, Prinzip ist ein heftiger Fighter, ohne Witz. Ja. Das ist nur ein kleiner Schmerz im Vergleich zu dem Essen, was ich von meiner Frau essen mache. Oh, das ist gemein. Oh, der Computer zeigt eine Nachricht an. Ja, stimmt. Ich kann die auch ganz eindeutig lesen. Aha, aha. Oh. Breaking News. Zombies. Zombie Apokalypse. Warning. Zombies. Okay, bleibt drin, um nicht infiziert zu werden. Es ist wie in den Movies. Wie in Hollywood. Okay, okay. Ja? Oh. Okay, okay. Das ist Trump. Der ist aber nicht orange genug. So. Zombies? Das kann doch nicht sein. Naja, natürlich. Du hast doch selbst schon ein Zombie gekillt. Bist du echt doof, Alter? Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Basies, Alter. Ich nehme Basie. Ich habe auch einen genommen. Ich habe schon eine Waffe. Der Fisch ist wirklich eine Waffe. Lol. Ich dachte, ich habe das so aus Joke gesagt. Aber der ist aber wirklich eine Waffe. Eik, Aramba. Jetzt müssen wir kämpfen, Juro. Oh, oh. Ich werde gerne meinen Fisch tauschen gegen einen Baseballschläger, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vier Stunden? Wir haben jetzt vier Stunden da drin gechillt, Alter? Ja, nice. Was haben wir dann gemacht? Sollen wir den killen? Er kommt hier nicht hoch. Ich glaube, wir sollen den killen. Weil der schießt ihn zumindest ab. Mann, wir helfen ihm. Guck mal, jetzt kommen alle. Hä, wo ist er hin? Da. Bam. Easy. Ist er tot? Das war aber... Zombies können nicht sterben. Die sind doch schon tot. Bin ich sicher. Oh, ich schiebe ihn hin und her. Hä, aber... Aber das war doch der Direktor, oder? Siehst du das? Äh, hat der gefurzt? Oha, Alter. Seine armen Haare sind ja nice. Donut, Dave. Oha, Alter. Der Polizist. Der hat einen Piratenhakenarm. Donut? Ich habe Donutswürze. Vielleicht ist der dann auf unserer Seite. Ja, so, der hat auf jeden Fall ein paar Probleme gerade. Junge, der rennt auf dem Mädchen rum. Okay. Ihr braucht eine helfende Hand. Ja, Mann. Let's go. Das ist unser Direktor gewesen. Ja, true. Ach, das war er. Jetzt nicht mehr. In den Wissenschaftsraum. Okay, wir gehen hier ran. Wir haben auch ein Radio... Bin ich richtig? Ja. So, muss ich mich heilen? Äh, nee, sieht nicht so aus. Glaube ich auch nicht. Ach, man muss in der Nähe von Donut, Dave, bleiben. Ja. Okay, es wurde eine... Ah, okay. Es wurde eine Safe Zone errichtet. Und wir sollen uns dorthin bewegen, weil quasi dort das Militärles abgesichert hat von den Zombies, wie man es aus dem Film kennt. Das heißt, wir müssen jetzt zusammen mit Donut, Dave, müssen wir da jetzt... Was ist das? Ich hab ihn geschlagen. Junge. Ey, wir sind noch zu dritt. Kann das sein? Oh, weiß ich. Nee, eigentlich sind wir noch zu fünf. Oh, oh. Donut, Dave, ich hoffe, du hast genug Munition, Alter. Ja. Break the door. Oh, Gott, hab ich so Angst bekommen. Oh, nein. Donut, Dave, schieß doch. Guck mal, unser Pro... Oh, nein, oh, nein. Der war schon die ganze Zeit hier. Oh. Ja, die machen aber nicht so viel Schaden, die Zombies. Donut, Dave, hilft nicht mal. Der schießt nicht mal. Das ist ja dumm. Mach die Tür kaputt, Evo. Du bouncest nur oben sinnlos rum. Kannst du helfen mir? Ja, ihr wart doch schon. Mann, ich passte doch eigentlich schon durch. Okay, mein Kopf vielleicht nicht. Ja, Hammer. So. Easy, weiter geht's. Donut, Dave, ist leider keine große... Ich denke schon, aufs Dach, oder? Hat die Schule einen Helikopter? Hä, wie kommt Donut, Dave, hier hoch, Alter? Ja, einfach... Mit dem ist irgendwas... Mit dem... Oh, oh. Mit dem ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Das sage ich so. Oh, Gott. Okay, okay, okay. Jetzt hier weiter. Alter, immer ein Schaden, Mann. Was ist das denn für eine Schule? Oh, das ist mega... Oh. Was ist das für eine Seuche da unten, Alter? Ich glaube, dann ist man direkt tot, Evo. Pass auf. Oh, oh. Oh, Alter, das ist mega cool. Hier ist das Polizeiauto von Donut, Dave. Hä, ich bin zu weit von Donut, Dave, weg. Oh, nein. Hey, wir sind nur noch zu dritt. Guck, Anni, da hinten sind noch mehrere. Ja. Hey, Arschlöcher. Donut, Dave, so langsam. Alter, guck mal, wie ich die Fetze. Oh, nein. Bam, bum. Ah, ich habe meinen Donut anscheinend gegessen. Oh, du Duli. Alter, das ist eine Waffe. Siehst du das? Ja, Mann. Ja, die muss man safe kaufen. Oh, nein. Ja, 15 Robux. Ist auch nicht permanent. Ja, das ist... Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Oh, wir müssen ja nicht von ihm sagen. Ich habe einen Medkit benutzt. Meinst du? Ich esse auch schon mal eine Bandage. Ja, da habe ich ja volle Energie. Ich habe ja eh sechs Medkits. Jo, hä, was ist das an seinem Kopf? Der hat einfach so eine Drohne. Oh, nein. Oh, oh. Da, da, da ist was drin. Ey, ey, ey. Das stimmt ein Kätzchen. Ich sehe nichts. Oh, nicht. Als. Okay. Back up. Zurück. Das ist ein Kätzchen. Oh, oh, sie schießt. Nein, schießt nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Diver Dan, Alter. Dumpster Diver Dan. Was sind das für Leute. Egal, wir retten dich. Was ist in der Nähe meines sicheren Müllab... Juhu? Hey. Ich will auch im Dumpster Diver. Hey, jetzt kann man so... Oh, Alter. Oh, was ist das für ein Move gewesen? Hä, das ist die heftigste Animation, die ich je gesehen habe im Roblox. Oh, er ist umgekippt. Und dann, was ist mit ihm los? Geht's ihm gut, Alter? Muss ich ihm schlagen mit... Oh! Kannst du ihn schlagen? Der hat geblutet, Alter. Ben. Das war... Ey, auf mich zu schlagen. Oh Gott, ihr habt unseren Polizisten geschlagen. Der ist the blocks and go down the road. Ey, das kennen wir schon. Das ist so ein... Das ist so ein Geschäft, da kann man Äpfel und so ein Kram kaufen. Das kennen wir aus der anderen Story, weißt du? Stimmt. Okay, das sieht auf jeden Fall extrem gefährlich aus. Aber wir brauchen Ressourcen. Oh, wir müssen... Alter, wir müssen da rein sneaken. Oh mein Gott. Hä, okay, okay, okay. Wir haben Einbrecher-Simulator gespielt. Wir sind da easy-experten. Kriegen wir gar kein Thema. Let's go. Ja, aber mich so langsam. Alter, du schleichst. Bist du doof? Ich will laufen, ich will nicht schleichen. Oh, oh, Evo. Das war knapp, Alter. Yo, Alter. Hey, das ist ein Wissenschaftler. Hallo. Wir gehen kurz zu blocks and go. Na und dann mal vorbei. Ja, besser ignorieren. Ich weiß, der eine sieht aus, wie er gebissen wurde. Müssen die Tür wieder kaputt machen, oder? Ja, ich glaube. Nein, die Scheiben. Ah, hier die Scheiben. Hier, die Scheiben. Hier kann man auch. Okay, hier aber auch. Ja, okay. Ist egal. Ach doch, nee, ist nicht egal. Der lockt die Zombies auch ran. Oh. Die Horde kommt. Du Scheiße, Alter. Erdnussbutter, Bockwurstwasser, Ketchup, Pepsi. Kohlawasser. Man kriegt das gar nicht ins Inventar. Ja. Wir haben, glaube ich, alles, oder? Ketchup, ketchup. Warum auch nicht? Ist hier noch irgendwas? Hey, Evo hat das meiste gefunden. Lord. Alter, du heftiger Experte. Hier ist Geld. Ich will Geld eins haben. Okay, wir müssen raus, 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 raus. Back to Donut Dave. Hey, aber hier ist ein Wissenschaftler. Warte mal. Was macht ihr? Warte mal ansprechen. Helikopter Crash. Ben, du bist gleich weg. Ja, ich habe, glaube ich, auch Angst. Egal, Pfeif auf die Wissenschaftler. Alter. Aber die Leiter kam von allein. Hä, die ist da schon hochgeklettert während der Animation, Alter. Das sind so heftige Experten ohne Witz. Alter, Donut Dave hat uns überholt. Okay. Ah, hier ist lang. Okay. Guardet. Easy. Yo. Alter, hey, warum leuchtest du so heftig? Hä, was ist das hier, Alter? Ja, moin. In ein brennendes Haus. Ich würde, also da würde ich, ja, besser als von Zombies gefressen zu werden, sage ich mal, ne? Naja, würde es lieber verbrennen oder von Zombies gefressen werden? Ja, ich würde lieber die Chance haben, durch das Verbrennen da auszukommen. Ah, hier ist es runter. Okay, geht noch nicht. Da, das sieht sehr gefährlich aus. Ach, die sind noch rüber gesprungen. Das ist sehr tief. Ja. Okay, ich gehe auf jeden Fall nicht. Oh. Alter, helf. Und wo habe ich diese Stange? Jo, ist das cool. Wupp. Alter. Jetzt hier rüber, oder was? Das ist heftig. Wupp. Wo geht es weiter? Kann ich jetzt runter? Alter, man sieht fast gar nicht, wo man hingeht. Ja. Jetzt hier runter. Bin wir hier nicht hoch? Alter, da haben wir heftig gesaved. Was ist das hier? Jetzt müssen wir in die Kanalisation save. Hey, wir haben ihn teleportiert. Wir sind doch da. Ja, die, die halt nicht in der Auge. Das war knapp. Wir sind nur noch vier Leute. Ich glaube, hier gibt es jetzt verschiedene Wege. Das Militär, dein Checkpoint. Wir sollten uns dorthin bewegen. Ja, okay. Dann bewegt dich doch. Alter, du tust ja auch nur rum. Wie hinterhalten die sich überhaupt? Alter, der guckt in die Richtung, der guckt in die Richtung. Oh, nein. Das müssen entscheidende Folgen. Dumpster, Dumpster, Dumpster. Ich bin für Dumpster. Aber Donut Dave war von Anfang an am Start. Ich bin Dumpster. Ja, okay. Aber ich wäre eigentlich Donut Dave. Ja, aber okay. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie sicherer ist, wenn wir hier rüber gehen. Du weißt, wer er sich krass auskennt hier? Oh Gott, ich habe gerade Angst, wo komme ich aus dem Zombie direkt. Ich vermute mal, da darf man nicht rein. Doch, doch. Guck mal, der ist drückwärts rüber gesprungen, Alter. Was für ein Froh. Der ist einfach der Varroa B-Kick. Ob das hier wirklich so sicher ist, ich weiß ja nicht, Ego. Komm, wir können die Zombies halt einfach in das Wasser reinschubsen. Oh. Oh, nein. Oh, jo, Alter. Aua, das ist ein bisschen weh. Ich hatte fast runtergefallen. Jo, ich bin einfach im Wasser gelandet. Bist du tot? Nee, 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 nee. Ich habe nur Schaden bekommen. Das ist sicherer. Hä, wo musst du dann lang? Geht beides? Ja. Was ist denn? Als ob du echt durch die Rutsche im Wasser gelandet bist. Ja, voll unfair. Wecky Wendy, Alter. Hallo. Die Wecker Wendy, was ist mit ihr los? Daryl ist hier. Die haben das gar nicht gecheckt, Alter. Daryl, Leute, ist von The Walking Dead. Oh. Aus der Serie, falls ihr die kennt. Ja, die haben das gar nicht mitbekommen, Alter, anscheinend. Ja. Weil die hier so heftig abgeriegelt wurden. Bam. Die Welle wurde besiegt. Hehe. Buh. Easy. Ich bin wieder vollgeheilt. Oh, der hat die meisten gekillt. Eben Ruschka. Die hier. Ja. Eben Ruschinski, Alter. Hallo. Schade. Okay, ich wusste nicht, wie viel ich gekillt habe. Die Hand sagt, ehrlich, ich glaube. Ja, ebenso. Okay. Wir haben es geschafft. Eisi, Alter. Was hat deine Hand? Das ist Wiederbelebungskid. Der kann damit uns wiederbeleben. Ähm. Ihr habt genau gesehen, dass du nur auf den... Er wurde gebissen. Oh, oh. Er war nichts. Um ehrlich zu sein. Hä, doch. Der Spritz... Ich wurde auch gebissen. Als ob. Siehst du, ich blute? Nein. Kann ich mich heilen? Ich bin dir. Ejo. Eise, Alter. Ah, das war Antidote, um mich zu retten. Hä, aber ich blute auch. Wer rettet mich? Ja, niemand, Ben. Eine Woche später. Lebe ich jetzt noch? Oh nein. Dumpster. Jetzt kommt der Boss oder so. Ach nee, jetzt kommen locker wir alle da raus. Oder? Was passiert jetzt? Oh Gott. Oh. Oh, ich bin da. Also, ich bin bei mir da. Ach so. Okay, okay. Wir sind also safe. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Überlebt, weil wir die Heilung hatten. Eins. Es gibt drei verschiedene Enten. Okay, wir hatten eins. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr die weiteren Enten sehen möchtet. Abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos. Und dann bis morgen. Euer Benson. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.